bingo bingo bongo ist jetzt nicht langweilig man sag ich jetzt nicht dein eist hier sondern der typ hier mit seiner op ach so jetzt ja ja ich weiß nicht wie du meinst aber für gehen eigentlich ja ich benutze keine flash im warm-up niemand macht das außer diese typen also ich hab grad sogar gesehen wie er geflasht hat ich hab meine pistole weggeworfen denn du wirst meine pistole über dir da hinter irgendwann liegt war so beschäftigt die waffen wegzuwerfen die da von denen ich geh auch ein wie guck mal rein ich hab grad meine hat nicht an der maus gehabt keine mail bis hier ist auch sauber einer einer pop raus zwei einer pop und einer ist schon raus am bombtrain einer hat noch pop drin und einer bombtrain connector im connector drin getaggt die kommt jetzt auch einer raus und mit dauerung einer pop doch noch die stadt habe jetzt noch eine vorsicht ja okay ich gehe mal ich hab drei recht sein Was waren das für Klicks, bitte? Ich hab doch nicht sehr klein gesehen, Fan. Hey, ich bin gehadgett worden mit der Glock. Pistolen rund um Aces sind ehrenhafte Aces. Nein, leider nicht. Ich bin selber geklickt worden. Mehr als mir lieb ist. Ich hab heute keinen von denen getroffen, die sind rausgerannt. Ich hab echt niemanden getroffen. Ich glaub ich hab ein oder zwei Treffer gemacht, aber nicht ne Rede wert. Das hätte ich nicht richtig getroffen, aber ich hab geprefiled, der piekt halt voll den Schuss rein. Passiert. ApoB Steps. Ohja. Komm raus. Holy shit. Einer ist unten auf der Seite. Ja, einer war nach oben. Nice. Komm raus, komm raus, komm raus. Down. Okay, spür nicht runter. Ja. Wie geht das mit der Schrotze? Na ja, an Ivy geht es, man. Bisschen Kohle sammeln. Oh was, ich hab den Queer grad immer auch nicht gekriegt. Das war nicht mal meiner. Ich dachte, ich hätte grad den Queer gekriegt. Ich hab zur Not ja noch ne Taschen-AK dabei. Im letzten war meine. Gut, der steht, der steht display grade eben von mir. Ich smog's nämlich immer. Okay, dann nicht. Einer, Main. Doch, ich hab grad nicht richtig zugehört. Oh, ernsthaft? Komm schon, irgendwo. Einer war Main, hat rausgeschlossen. Ivy, Ivy. Drei Main, eine E-Box. Oh, eine schon raus, holy fuck. Ich komm auch mal. Eine ist schon raus, bei grüntönen. Ivy ist offen. Bei raus, zwei E-Box. Drei raus. Einer auf die wie ich. Einer hinter grün. Einer bei mir. Bauen wir da? Äh, einer war... Ohne blau. Gut. Letzte, Unbekannt. Hast du das? Ja. Schleifern. Nice. Börder, die will mir nicht zuhören. Mit was füttern die Xenthoras? Ich weiß. Aber was hast du grad gesagt, Icepack? Warum hab ich dir nicht zugehört? Ich sag, Main, äh, Main raus. Ich hab genau gehört, dass da drei Leute draus sind. aus den habe ich mitgekriegt aber nicht dass er schon auf der zeit sind ich stand in dem blauen zug mit angeschossen worden das ist schon ein bisschen mehr als main raus es war gerade bullshit man ich bin insgesamt durch den smoke eine könnte schon relativ weit vorne ist ein aber wird heftig durchgeballert eine relativ weit vorne in mega geflasht einen zurück an einer main oder so gar nichts vp einer ist glaube ich close to me einer sind der blowhard gewesen war bei olof eine ist auf jeden fall getrackt wir sind auf jeden fall welche die kommen wahrscheinlich gar nicht sehr nicht zwischen grün und blau grün und blau ist 20 ein einer noch 20 an der zeit glaube ich in der grüne seiner erst low ins von trainwärter man war einer rat Was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das? So, wieder له. Kann ich da in den Pistel legen? Kann auch einen legen. Irgendwas. Danke dir. Ich renne zwischen Grün und Blau vor. Verkwać vorne. Die Aparis. Rapha, wie steht? ich bin über die ja ich weiß aber ich hab grad weiter drin was noch gehört der hat nur 70 hp ist so genau einer kommt raus das ist der mit mich glaube ich einer geht gerade nach oben mit dem gemulligt die aber einer auf die seite schlecht von oben ist links von dir Eingang nach links, Möbel. What? Die Klicks verteilt man. Von der Eco war's okay. Wie sieht's aus? Ja, nein. Ich hab schon Arme, also. Ja, gut, komm. Verb hatte ein bisschen weniger. Passt schon. All right, gentlemen, listen in. Ich renne mit der Session Code. Farmas rettet die Welt. Farmas? Ich fliffe gleich nach Armein vor. Also links von Armeinflasher, falls die da rausrennen. Einer in Armein. Ivy ist wieder einer mindestens. Schön. Hast du gesmoked da? Ja, ja. Achso, sorry. Ja, hab ich, hab ich, ja. Ich flashe gleich. Main ist raus. Ich flashe Ivy, dann picken wir's. Habt ihr gehört oder Main ist raus? Weiß was wo. Eigentlich Olaf. Okay, Ivy down. Ist du A? Ja, bist du schon, ne? Main keiner, ich guck auf Popgrad. Ich geh rüber, bleib dir mal hier. Ja, ich bleib hier. Fiel aus dem Connector Xendo. Push grad hinten durch. Ab, ich guck auf. Wenn die Smoke da noch ist zumindest. Eines runterkürft. Abra kommt, Abra kommt, Abra kommt. Abra kommt. Da sind beide da. Eine lower, eine Abra. Ja, ich guck auf Abra. Ich komm aus Zette. Abra kommt raus. Abra kommt raus. Zette im Eingang. Ist zurück. Ich komm zurück. Ich kann jedes mal zurück rotieren. So Pop. Geh färbert Abra jetzt, dann geh ich nach A. Ja. Dann müssen sie Pop rauskommen. Bei die Pop. Bei die gehen runter Pop. Einer raus, zwei raus. Einer Low HP. Haben ich gesehen. Ich färb delay solange es geht. Never mind. Kann ich nicht. Einer ist links vom Connector, direkt close. Anderer war, andere Seite Bombschain. Sehr schön. Oop, sorry. Alter, ich war hinter dem scheiß Bombschain. Wieso können die mich da killen? Der Dome kennt das ja von dem aus Versehen. Ah, ja, ja, ja. Fuckin' Oldschool, yes. Ah, ja. Ich bräuchte nen Drop. Wenn irgendjemand übrig hat, dann kauf ich ne Umbiss auch, okay. Hm, ich hab halt nix den Krieg. Warte, ich kann den auch. Okay. Hatte beide ungefähr gleich viel Geld. Ja, passt. Go, go, go! Ich glaub, die haben eh nicht so viel Geld, da kann ich was. Ja, die haben grad nen Flanke gekriegt, die haben genug Vorkars auf jeden Fall. Vielleicht keine Ops. Throw in Flashbang. It's in the area. Einer wieder mein linke Seite. Alter, kann der mal sterben. Okay, die haben noch Ops, die haben Geld. Die haben Geld, ja. Sack, vielleicht keine Ops. Nice. Das ist noch einer. Läufer. Die Truhe. Nicht die ich, Spot. Flashbang. Läufer gesmoked. Aufs Train. Noch einer? Nö, ne? Einer ist noch Ivy. Glaublich, nö. Eine Ivy. Eine Bomb-Train plantet. Bomb-Train plantet an. Ah, fuck. Der grün. Schön. Man, man raus. E-Box. E-Box. Wunderschön. Haben wir da Ops hier liegen? Ich hab eine. Ah, okay. Bei mir ist echt grad ein Strabby, Mann. Tauscht irgendjemand mit mir? Mach ja nichts raus. Bei mir macht's keinen Sinn. Sender spielt der Line B, glaub ich, ne? Mh, mh. Ne, mit Ivy. Kann ich auch machen. Kann ich mir gehen dann? Ja, kannst du. Hast du bisher gespielt? Ich war immer so hinten bei Ivy. Okay. Du kannst aber auch einen Connector spielen, wenn du willst. Ne, ne. Connector ist nämlich immer ziemlich schnell. Okay. Du guckst Locksender, oder? Dann würde ich aber gucken. Ich stelle mich dann hier auf den... Mach auf A. Ach, nütz. Was? Okay, was war das? Da war ne AWP, Mann. Mach mal AWP und geh nach A. Soll ich das nicht. Das kommt. Okay. Einer raus. Das sind auf A. Bomb-Train schon. Ivy ist einer. Was war der? Was war der? Ich geförst. In. In. Einer noch. Auf Bomb-Train geht mir ab, falls die eine mitbringen können. Ja, dem Zerg habe ich 22 Euro gegeben. Toll. Da geht was rein! Ne, nicht wirklich. Hey, 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 hey. Nicht hier mit deiner Laune hier. Ruffy kann Pro werden. Ruffy kann Pro werden. Ruffy kann Pro werden. Mit drei Kills? Ich kann vielleicht für G2 spielen. Ja, aber du hast keinen MVP. Du kannst echt Pro werden. Du kannst Pro werden. Dann kann ich kein Pro mehr werden. Pro. Oh, die shit liegt hier jetzt im Spiel. Oh. Ach. Ja, ich habe mich jetzt einfach mal hier hingestellt. Ah, paar Steps, paar Steps, paar Steps. Connector stand. Raus, 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 raus. Okay, ich komme. B. Ja, die sind unten raus. Fuck. Oh, shit, R. Zwei. Stopp, seine Mutter, Mann. Noch einer, Bomb-Train. Lass der 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 Bomb-Train. Ah, nice. Decks sah halt wieder alle an, oder was? Entwas so an, lucky. Entwas so an, lucky. Ja, irgendwie. Pff. Ich schlurfe dir das noch gar nicht. Ja, 72, 50. Manchmal ist einfach shitty. Manchmal klappt es nicht. Aber hey, der eine ist in meinem Molde gestorben. Wir brauchen den vier. Bist du wieder rechts spielen, Neiko? Nö, ich hab's egal. Ich hab natürlich wieder unterschätzt, wie nah die sind. Mir ist das auch egal. Ich wollte nur mal irgendwo anders stehen mit da ab. Den einen aus dem Luftgeherr hat schon... Ich glaube, da oben zu stehen ist eigentlich ziemlich geil. Nur mit Hades... Oh. Ich hab... Einer ist halt irgendwie upper in Molle gestorben. Naja, ich hab den angesprayt und das stimmt mit Molle, weil er so langsam... Was? Wo? Noch einer Main ab. So, Glow für dich Xinde. Dann geh ich Connector. Oh, Loh ist noch gesmockt. Ich smock's gleich nach dann. Ich hab grad ab, oder? Ja. Ich geh gleich Connector und halt dann Loh ein. Und Connector kann schnell noch arrotieren, wenn's halt muss. Oh mein Gott. Der ist irgendwo bei Olof. Ja. Ja. Zwischen braun und grün mit ab jetzt. Oh. Wirkens was raus. Einer flammtisch hinterm Bombschein. Andere Seite. Einer Kamera. Kamera. Kamera immer noch. Was ist der Smoke? Ja, der ist Main zurück. Ah. Nice try. Der Plant ist echt schwierig zu ninjern. Wir kennen das. Alter. Ja. Ich wusste grad nicht wie dieser Scheiß Spot halt oder Dings was Kamera sein soll. Ja, das hab ich auch ewig überlegt. Achso. Ich dachte das wär ja. Bis ich dann grad irgendwann gemerkt hab so alter. Da hängt ne Kamera drüber. Ich weiß nicht was da drin hängt. Hab ich auch nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Also hinter dem Bombschein sind Ecke an der Wand auf jeden Fall. Das Kamera. Smoke wieder auf A. Ich smoke upper und geh nach A. Ich sag ich setz ihm einen Connector hin. Verteid ich dieses Woche. Hit. Pop Ausgang. Einer Main. Wer hat was geflasht? Upper. Einer zwischen grün und blau. Ich hab Pop grad im Blick. Pop einer noch. Okay da kommt ein Smoke in Aldi. Einer Pop. Einer Armein. Op. Einer war Pop und der ist noch nicht raus. Ja. Armein ist ne Op. Runterschleißt. Kasten vielleicht. Ich glaub der im Tuch. What? Ja. Immer noch rein. Oha. Alle da. Jo, geil. Keine Weckung. Nix. Nix zu machen. Also ich wollte grad den Typ die shoulder picken. Habs mir kurz vorher anders überlegt. Bin wieder zurück. War wahrscheinlich nur so ein kleines bisschen von meinem Arm raus gegucken lassen. So ein Pixel. Hab natürlich geholfen. Wie man das halt so macht. Diese scheiß Armein, Obmann. Jedes Mal. Jedes Mal kriegt er mich. Kann den aber nicht rausbeten. Das ist zu gut. Glaub ich schnell raus. User joined your channel. Hallo. Hey. Geh mal noch ab. Einer Main down. Pop einer glaub ich. Ivy ist noch Action. Ich guck mal ob ich Ivy helfen kann. Ja, fast keine Umherzwelle. Eine vom Main mit ab. Alles ab, 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 ab. Ah shit. Ich hab Ivy in Crossfire falls er rausrennt. Oh. 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 Bomberina. Nice. Eine Bombe ist B upper. Ja. Mit ab. Ja. B upper. Pop einer. Pop pushed fort. Richtung Connector. Ja. Verdammt. Ich war zu langsam. Hättest du vielleicht sogar probieren können. Ich glaub der hat ihn nicht so gut. Nee, der hat es. Ich war zu langsam da drüben. Ich hätt vielleicht rennen sollen am Anfang. Aber das hätte gehört. Ja, genau. Ich dachte wenn ich am Anfang sofort gerannt war, als der Call kam. Hätt ich es vielleicht hingeschafft und testet. Will jemanden aufkaufen? Ich muss nicht. Muss auch nicht. Dann kaufen wir jetzt. Ich hab nen Kit. Ich auch. Bei Kits. Bei Kits. Passt. Willst du mal pushen einfach? Obwohl, die kommen eigentlich ja nie will. Nö. Ach so. Willst du mal B pushen, Sindo? Würde ich hinterher kommen einfach, falls du stopst zum traden. Mock A. B upper waren viele Steps. Ei wie wieder heftige Steps. Ich gucke oben grad. Ich halt oben. Ich hab rechts grad nichts gesehen, aber links könnte was sein. Einer ist oben, hat grad gejumpt. Auf. Krieg's nicht mehr. Einer ist unten. Arm fucked. Auf. Auf. Schau, dass keiner dich von Main abziehen kann. Ich hab's nur defensiv. Huf! 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 Pass auf! Ja, ist B safe? Da lagen halt 3 MPs auf dem Boot. Da spiel ich jetzt Apo oder was? Ich weiß nur was nicht, wo ich Lower halte. Dann spiel ich deine Pose einfach in Lower. Vom Räucher kannst du den Apo relativ gut. Du siehst halt nicht nach hinten rein, aber... Wenn ihr Apo auf dem Sie verhaltet, kann einer auch auf Silber stehen. Ist auch ne ziemlich gute Pose. Einer war Lower grad eben, da stand der Molly dran. Einer Main. Hap o was? Hap o stepp? 2 glaub ich. Einer ist Lower raus, Silber-Fan. Was? Ich geh mal rüber nach B. What? So gehst du mit dem aber auch grad. Einer kommt Main. Einer kommt von hinten. A-Main. Und wahrscheinlich nicht da. Okay, ich Co-Connector. Könnte natürlich auch CT gehen. Vielleicht engert auch A und die gehen jetzt zurück nach A. Das ist der CT? CT. Ja, wohl der ist im Heaven-Eingang. Der ist im Heaven-Eingang. Das ist ne A-Planche. Co-Connector-Eingang. 66 Minus. Connector-Eingang ist schon drin im Connector. War rechts um die Ecke. Ah, das ist CT. Und äh... Braun glaub ich. Anderer ist first. Ivy. Ivy. Ach, scheiße. Hat der Dexter gesagt, nice walls, nachdem er 10 Jahre lang im CT rum gestampft hat? Ja. Und nachdem ich halt dann vorbeigesprungen bin. Bist du unten, oder? Ja. 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 Ah shit, ich hab so keine Kohle. Wollt ihr was tauschen? Oder? Ähm... Position... Ähm... Alko merkt ihr, wenn du stirbst, weil du hast... Ich weiß nicht, ich hab... Ne, halt ne jetzt. Achso. Nö. Passt. Ich hab zwei Flashes gesendet, wenn du irgendwo pfuschen willst. Ja. Okay. Flash-Upper. Äh... Main. Armin. Sieht dann stark nach dem A halt aus. I-Visa-Filter-Action. Äh... Aufs Spot zu sterben. Als ich sterben sollte. Oh, Armin legt mir M4 und mir AK. Ja. Holy shit. I-V. Armin ist noch... Jo, ne, ich bin in Connection gestorben, Ausgang. Geht von der Connection Bombside. Main auf, einer ist ab und lebt. Ich hab ihn grad gedenkt. Ja. In Armin. Ich bin weg im M4-Lead. Doppel sogar. Bei Armin. Kann grad nicht raus. Fertig für M4-Lead. Eine Bombside. Alles knackt da rein. Treff einfach den M4-Lead. Zwei sind halbe HP. Braun war einer. Mit ARP wieder. Die letzten beiden 50. Jeweils. Bump train und Braun vorher. Okay. $2. So Vale. Er ist nicht mehr hin. Versteigen. Er ist nicht mehr nicht mehr. Im H3-Lead ist der M4-Lead. Oh, hallo. Nice. Ich hab diese Scheiße vergessen. Macht die Pito Philly auf die Distanz nur 40 Schaden oder hab ich ihn doch nicht gedingt in einen? Was klang so? War kein Headshot auch. Ich dachte, ich hätte einen Sound gehört, deswegen hab ich gesagt, ich glaub, er stimmts. Okay, vielleicht hab ich ihn irgendwie was durchgeschossen. B raus einfach. B auf B. Okay. Ich hintereinander lauf. Lauf, dass die nicht pushen hier. Pop, pop, rock. Aber gepusht. Aber, aber ist einer. So gepusht. Schön. Zermektor. 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 Hinter Eul. Hinter Eul. Die E4. Wollen wir dann? Keine Risiko eingehen. Einer push. Einer push. Einer push. Einer push. Einer push. Einer push. Innen zum Aufbau, nicht aufbauen. Er hin zu mir. Dings vom Bomb-Chain. Nice. Oh, schön! Ja, ist gut! Hey, dieser Tozi, ich treff ihn nicht! Krieg ihn nicht getroffen! Für ihn ist er durch den Smoke gesneakt und ich hab ihn mit einem 4-1 angesprayt und 40 damage! Aufpassen! Jetzt hab ich ihn auf der nächsten Entfernung, wie es noch geht, mit der Glock gespams! Ich würde ababschieden! Hat 10 Jahre gelohnt! Er hat Hyper Armor, man! Scheinbar! Ich krieg ihn nicht tot! Connector, da steht einer! Wie landet die Flash? Vielleicht schonmal nix? Haben wir gesehen gerade? Bünder Zug! Ich flash, wenn du vorne bist! Bünder Zug habe ich! Bünder Zug ist clear, einer war Connector! Oh! Einer ist hinten! Second! Oh, sorry! Nee, das war mein Fehler! Einer ist, glaube ich, noch Second! Ja! Glaub ich! Okay! Ist es das Ace? Ist es das Ace? Nein! Ich bin Ace! Alter! Ja! Ja! Jetzt hat man nicht da einfach Boschen und Murphy allein mit der Bombe belassen! Oh! Du suchst mich an! Du stehst du vor dem Connector! Ja, sie laufen jetzt da alle durch, auf einmal hol ich ne USP! Koby! Oder auch nicht! Ich sag doch, den trifft man nicht! Hier Leute schießen wir, keiner trifft gehen! Ich sag's doch! Ja, lag mal! Weil ich nicht schießen kann! Längst, längst, längst! Ich sag's nicht, man trifft den Typ nicht! Der ist echt, der ist, der Slippery, Mann! Der ist echt Slippery, Mann! Der ist echt Slippery, Mann! Der ist echt Slippin' Jimmy! Der ist echt Slippin' Jimmy! Ding wiederhaben, die SSG! Oh! Gibt's eigentlich! Oh! Es gibt ne neue, äh, Better Crossover-Folge! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Erstmal morgen angucken! Auf jeden Fall! Diese Pause! Äh! Die Pause hab ich fertig gemacht! Ich will zwei Wochen kennen! Kein Better Corsal, unerhört! Eine Connection raus! Ah lol! Ivy Flash! Eine Ivy raus! Einer hat abgepusht! Zwei Ivy gepusht! Der kommt, glaub ich, nur kurz nach Infos! Hop down! Noch war eine Ivy draußen! Ich weiß nicht, ob er zurück ist! Connection drin! Nice! Das ist mein Berg! Das ist mein Berg! Komm auf A! Auf B! Ich muss auch gleich abwählen! Clifford Connector! Guckt jemand Pop, wenn ich hier gleich plant? Warte B! B? Letzter B! Ab, ab! Hat egal, lol! Warte auf meine Watch! Throwing a Flashback! Smoke! Gif galol! Gif galol! Nice! Ich muss ein paar Eco-Frax machen, sonst krieg ich ja gar keine Kills hier, Alter! Dann fühl ich mich wieder drei Tage lang schlecht! Erster Top-Frager oder... ...Sparboard-Führer aus dem Gegnerteam kann! Pro-Man! Yeah! Ich nicht mehr! Wo ist denn lieber Dings? Hat das da keine Smog? Ah, da ist gar keine Smog! Laub! Ne, da ist keine Smog! Alter, blau irgendwo! Fickt euch doch! Einer pusht B! Ne, ab und Connector! Noch rechte Seite! Nails auch gleich verzeihen an das Smog-Sitz! Lass sie wieder deine! Bei grüner Zug, ab Connector! Mehr hab ich nicht gesehen! Domme! Ei! Auf blau! Was, wo? Blau und wo? Auf blau! Und andere weiß ich nicht! Unbelegter Mane haben sie noch nicht! Dammit, dammit, dammit! Da dem Öffn! Du hast das nur gerade gemacht, Sender! Das sind dann... Ich hab mal gesagt, wir sind an eigenen Dinger gelaufen! Ja! Ist er! Alko! Oh, danke! 1G's in der Chat! Ah, ist mein Molly denn ausgegangen, der ich sie geworfen hab? Ich dachte, ich hätte weit genug geworfen! Bei grün! Ah, ein ist Ausgang! Einer ist durchgegangen! Was spielst du? AK oder AB? Wird sich, Mann! Äh, der eine ist immer... ... Connector mit AB! Okay! Weißt du's mal peeken willst! Main gemollied! In Olaf! Da war linke Seite mit AB! Top! Einer ist irgendwie brauner Zug! Geht hinten nach grün, wie's klingt! Drei Connector! Ivy Down! Push! Links fahren! Ach, hinter beim Train! Kameran! Natürlich! Oh, Alter! Boost mich! Boost mich! Okay! Ähm... Lower hat nochmal hochgesmogt! Schön! Sehr schön! Noch einer! Linke Seite, Ivy noch! Ist weggeschwungen nach rechts! Ist nach rechts gesprungen! Ja! Connector! Connector raus! Ben! Ice! Der letzte der Ivy müsste eigentlich sein! Er ist der Second! Nice! Schön! Yes! Das ist Team... Eis, du... ...Beta... ...Eis... ...irgendwie so! Irgendwas! Irgendwas mit Eis, Xendoras und... ...Beta! Xendoras! Überlegt euch selber was ihr Wechsel! Sind ja Murph, der Gott! Ich hab gar nichts gemacht! Sind ja Murph, der Gott! Sind ja Murph, der Gott! Das stimmt! Die Hälfte sind auch nur gestorben, man! 13 Mal, man! Ich weiß ja nicht, ob wir das feiern sollten! Ah, sicher keine Smoke! Ich bin auch ultra unkonzentriert, gerade wie es aussieht! Vergesse ich schon meine Smokes zu kaufen! In die Box! Haha! Zwischen Grauen und blauen und blauen! Ernsthaft? Gib dir mir ein Ding! Oh, ich hasse die Five Sevens, Mann! Er geht bestimmt auf Blau jetzt auch mit seiner Five Seven! Hast du, glaube ich, gerade nach links rumlaufen zu den Eisberg? Wahrscheinlich meine AK jetzt! Ah, nein, nicht mal! Fuck! Ich hab' nicht irgendwas zu pichten oder so! Sie haben nur Pistols, also... Ich fahr' aus Erlöser an dir vorbeirennen und ich headshot' einen Instant! Connector raus! Hätte Bombschein! Hat Hits! Eine close by blau! Zwischen grün und blau ist immer noch! Und vielleicht auch zwischen braun und blau! Wo?! Ah! Holy Shit, danke! B müsste clear sein! Letzteres! Ich glaub' Letzteres Aside! Ich glaub' auch Bombschein irgendwo! Ich meine... Bobby! Ich dachte... B ist frei! Okay, dann komm' ich wieder! Ja, der ist Bombschein! Ja! Ist grad Kamera aufgetaucht, aber... Oh fuck! Brown! Pullt sich meine ARP in Main! Saved wahrscheinlich viel! Oh Gott! Alter, ich hasse halt wieder 5-7s! Ich hab doch gesagt, Xanderos! Ja, versuchts! Geilse! Sehr gut! Ja, wir homestampeln! Ist doch mal relativ! Ich hab' auch zu killen! Ich hab' alles wirklich angequatscht! Das war doch alles safe! Wusste ich! Ja, nee! Ich wusste jetzt nicht, ob der noch C-T-Rett oder T-Rett! War alles safe! Ich hab' immer gedacht, dass... Alles safe! Ich hab' immer gedacht, dass der Typ es überhaupt versucht, aber... Reg' den nicht auf, Jungs! Es war safe! Aber echt? Safe-call! Safe-call! Ist das eigentlich was deutsches? Safe-call? Ja! Safe-call ist so'n deutsches Ding, obwohl es nicht deutsch ist, was... Ich meine, wenn's nicht safe ist, warum call's das dann? Warum muss man das extra dazu sagen? Äh... Deagle in... Connector... Down! Rechts rüber gelaufen! Einer war B-Upper, der ist zurückgegangen grad! Oh, noch zwei A down! Ich hol' die Bombe, komm' noch A! Einer wird vom B-Rossieren! Die ist stepped! Der A-Blick-Domain! Willst du durch A-W durchgehen? Der A-W, dann geh' ich A-W durch! Äh... Wir sind A-W! Schild-Fork-Connector! Und es stepped! Kontenziert hier gehen! Oh shit, der ist pop! Oh Gott, der Komponenten! Komponenten! Ernsthaft! Oh mein Gott! Klapp! 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 Du bist einen 80, letzter! Jaa... Grad weggedreht! Sorry! Jaja... Fuck! LOL! Versteck, wenn ich reingeballert hab, hat er zurückgesplaid und dich zufällig getroffen! kann ich wieder wegwerfen egal ich habe genug kohle ich habe gerade gewechselt habe sie dann wegwerfen wollen aber irgendwie wollte ich nicht wegwerfen ich wahrscheinlich wieder fettfingern wahrscheinlich man haben wir können eine finger fett sein wie sagt es mir halt dieses fettig gut mann nicht zum vergleich zu meinen was da gerade passiert ist man was passiert ist eine hofft aufs fahrt bei adon tolle bomber einer b dabei ist gerade auf dem radar was aufgekommt und der helle war auch x hinten positiv Positiv, yay! Ich nicht. Exzent, und nicht mal 10 MPs, was ist da los? Ja, bald. Wo ist der Carry? Anfänger. Ey, es lief halt mal überhaupt nicht bei mir dort. Bei mir auch nicht. Wie sind Sie auch zweistellig geworden? Dex ist schon ziemlich 20.